Bei einer Gedenkveranstaltung für die Opfer des Terroranschlags, auf dem Berliner Weihnachtsmarkt, räumt Steinmeier Versäumnisse gegenüber den Opfern ein. Steinmeier will mehr Beistand für Terroropfer. Quelle Bernd von Jutzenka, Deutsche Presseagentur Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, sieht im Umgang mit den Opfern des Berliner Terroranschlags, Versäumnisse bei Staat und Gesellschaft. Manche Unterstützung für die Angehörigen der Opfer und für die Verletzten sei spätgekommen und unbefriedigend geblieben, sagte Steinmeier. Direkt nach dem Anschlag habe sich die Einstellung verbreitet, man wolle sich nicht einschüchtern lassen. Für viele Angehörige habe das gewirkt wie ein Abwehrreflex und bei ihnen Unverständnis hervorgerufen.